Moin Exerts, Sottiden hier und ich möchte mal zu Meticulous Appraiser zu sprechen kommen. Und zwar, lange überfällig das Video auf dem Discord, wie immer standen da ein paar Sachen schon vorher. Wir haben es auf dem Stream schon getestet, ihr seht es gerade, es ist nach dem Stream. Und ich möchte mal erklären, wie man die Node scale, wie das Ganze funktioniert etc. und so weiter. Und ja, fangen wir mal an mit dem ersten wichtigen Punkt, warum ist die Node gut, warum ist die Node schlecht? Die Node ist gut, weil ihr sehr, sehr viele Unique-Items droppen werdet. Und es hilft auch ein bisschen, zugegenauß mit der Arch-Nemesis-Currency-Conversion-Gerichte, weil die Rarity anscheinend ganz gut verarbeitet. Warum ist die schlecht? Ihr opfert, wenn ihr diese Node speckt, ungefähr so 70% von eurem ganzen Loot. Der ist gone, weil ihr die Quantity nicht mehr habt auf dem Map. Sprich, alle Sachen wie Currency-Divination-Cards, Maps etc. sind ein bisschen scars. Oder halt generell rarer gesät auf euren Karten. Dementsprechend kann das mit dem Sustain ein bisschen problematisch werden. Und denkt bitte daran, wenn ihr das speckt, dass ihr halt dementsprechend nicht mehr eure Divination-Cards so gut farmen könnt. Die droppen immer noch natürlich, ist immer noch alles fein, aber ihr bekommt ja die ganze Quantity nicht, die ihr normalerweise hättet. Sprich, so eine 100% Quant-Map, wo ihr halt anstatt einer Karte einfach zwei droppen würdet, on average. Die droppen halt nur noch eine Karte. Dementsprechend halt eine Menge Loss. Ja, der Rest ansonsten, wie skaliert man diese Node machen wollen würde. Wie halt für Trade würde ich es nicht unbedingt empfehlen. Das kann am Anfang an der League cool sein. Das ist generell ein fun Gameplay, aber nicht unbedingt das lukratierste Gameplay. Man kann es wahrscheinlich sehr stark skalieren mit Sachen wie Winged, Royal Decay und so weiter. Das ist halt extrem eskaliert, etc. Aber ich würde es erstmal jetzt nicht empfehlen. Kommen wir dazu, wie ich das ganze spiele. Aktuell nutze ich, im Gegensatz zu meinem Test am League-Start, einen Magic-Find-Character. Wir spielen ja einen Pathfinder, Impending-Doom-Character. Und dementsprechend halt hier mit Ascetic halt schön die ganze Quantity, alles an Rarity, was halt geht. Das Ganze noch nicht fester Setup. Das wird sich ein bisschen ändern. Ich will das Schild noch gegen Centauri's Answer tauschen. Ich möchte hier Skittering Runes anointen. Na, all die ganzen Sachen, die noch so ein bisschen in der Schwebe sind, in der Bearbeitung gerade. Ich will erstmal überleben, das ist mein erstes Ziel. Und ja, wir hatten einen Magic-Find-Character, 80% Quant, 400% Rarity, ist ganz cool. Ich zeige auch gleich noch meinen Loot und so weiter. Und das ist der Atlas, den ich aktuell benutze, um das zu skalieren. Wir spielen hier so eine Hybrid-Sache zwischen Alva und Einhaar. Natürlich ist es klar, dass nicht immer alle Nodes meine Map betreffen. Wenn jetzt halt Alva da ist, sind die ganzen Einhaar-Nodes useless. Wenn eine da ist, sind die Alva-Nodes useless. Hat aber auch einen Grund. Wir spielen All Hands. Ich spiele nämlich Yellow Maps, dementsprechend brauche ich die Map-Missions nicht unbedingt, weil ich ja halt die Red-Missions haben möchte. Obviamente, wenn ich halt richtige Maps wieder spiele, auch keine Sorge. Yellow Maps, ihr bekommt all den Loot, ihr bekommt alle Uniques, droppen dort. Das ist alles cool. Und wir nutzen den Approach, damit ihr einfach eine höhere Uptime habe zwischen Einhaar und Alva. Beides sind Mechaniken, die sehr gut synergieren. Die Einhaar-Bs haben generell eine sehr hohe Item-Quantity und Alt-Rarity. Die sind auch oft Possessed, sind manchmal in Essence-Systeme etc. Und haben dementsprechend sehr hohen Loot-Pool. Die Alva-Incursions haben generell sehr viele Monster. Unter anderem auch viele Magic-Monster, die dann dementsprechend sehr viele Uniques droppen. Habt ihr vielleicht schon mal bei Imperial Gaming gesehen, wenn es eine riesige Loot-Explosion passiert. Und wir nutzen diese beiden Sachen in Tandem. Mit Rogue-Exiles, wer hätte gedacht, vor allem Ghosted Rogue-Exiles und den ganzen Torment-Nodes. Das Übliche, das kennt man vielleicht schon, dass die generell extrem gut droppen. Das sind die Mobs mit einer der höchsten oder wahrscheinlich sogar der höchsten Base-Item-Quantity, Base-Item-Rarity. Ganz kurze Exkurs hier an der Stelle zu Magic-Finding generell, wie das sich verhält. Wir haben eigentlich drei Komponenten, die miteinander skalieren. Das erste ist der Player oder die Player-Quantity. Deswegen habe ich ja einen MF-Charakter mit 80% Quant, 100% Rarity. Das sind Multiplier zusammen mit den zwei anderen Komponenten. Die sind die Map, die bei uns halt 4-500% Rarity halt mit sich bringt. Und das war's. Keine Quant mehr, aber halt eine Shitload an Rarity. Und der dritte Multiplier ist dann dementsprechend der Mob selber, der eine Basis sozusagen mitbringt. Und halt noch dementsprechende Multiplikatoren durch Sachen wie zum Beispiel Ghosts in dem Fall. Und ja, die drei Sachen nehmen wir zusammen in Tandem und abusen die, bis nichts mehr geht. Sprich, bis alles ausgereizt ist. Und droppen dementsprechend sehr viele Uniques auf der Karte, nutzen das Ganze für Arch-Navisers und so weiter. Ja, das war ein Tree. Das ist in der Beschreibung auch verlinkt. Ich finde den Effizientesten am angenehmsten. Ich bin mir bei den beiden Punkten noch nicht sicher, ob ich Breach und Legion drin behalten möchte oder nicht. Vielleicht ändere ich noch mal was. Ich werde das auch ganz updaten in meinem Aussuchbezeichen Atlas-Command auf meinem Stream. Generell auch, wenn ihr es mitverfolgen wollt, wie ich das Ganze spiele, wie ich Sachen droppe, wie ich vielleicht Sachen noch mal ein bisschen umhändere und so weiter, könnt ihr es gerne dort euch angucken. Demnächst kommt auch nochmal ein Video zu Destructive Play, was wir vor ein paar Tagen gemacht haben, was maßlos OP war. War absolut insane. Wir haben, glaube ich, zehn Stunden lang einfach nur Bosse gefahren damit und ich habe teilweise Oversustained. Das war lächerlich. Es sind unfassbar gute Kisten auf jeden Fall. Ich würde es sehr gerne machen. Aktuell, da ich SSF spiele, will ich auch erstmal ein paar Uniques farmen, damit ich genug andere Bits spielen kann. Oh ja, das ist der Tree. Wir nutzen auch hier, Seventh Gate, damit wir den Anarchy Craft mitnehmen können für die Rogue Exiles, die wir auf der Web bekommen. Und ja, das ist der Atlas-Tree generell. Wie hat der Sinn dahinter, habe ich erklärt, was wir da halt mitmachen. Die Notes an sich sind pretty straightforward. Wir nehmen die unten hier nicht mit, weil wir brauchen die nicht unbedingt. Die Additional Rewards sind prinzipiell cool, aber sind jetzt nicht so maßgeblich. Das Loot, den wir bekommen haben, jetzt von vier, fünf Stunden. Pi mal Daumen halt, halt eine Badge bekommen. Ivory Tower, Chevron, Swixens, etc. Alles coole Sachen generell. Nicht unbedingt viel Wert in Trade, was ich vorhin schon meinte. Das ist nicht unbedingt die beste und lukrativste Strategie, aber sie macht extrem viel Spaß. Das ist sehr, sehr cool. Und SSF ist natürlich insane. Das ist eine unfassbar gute Strategie für a solo cell phone, weil wir halt hier die ganzen Uniques farmen können dementsprechend. Und ja, das ist soweit alles hier. Ich habe, ich farme ja Uniques, dementsprechend brauche ich das halt hierfür. Wir haben auch Sachen bekommen beim ersten Test, wie Anathema haben wir gedroppt. Ich habe auch noch eine Prototype getraubt heute, glaube ich, irgendwo. Genau, Dianas Prototype, die vielleicht ein bisschen teurer ist, not sure. Naja, fünf Kehr-Ausnahme meint. Aber ja, die ganzen Sachen, ich gehe mal kurz in den Map, die habe ich schon mal aufgemacht vorhin. Hier war 94% Quantity drauf. Das sind jetzt umgewandelt halt an 479% Rarity. Das Ganze nutzen wir. Hier nochmal die Info. Dili Mirrors, oder Dili generell, gibt ungefähr so einen 1,4 bis 1,7 Multiplier zu eurer Quantity und Rarity von Loot auf der Map und so weiter. Also Pi mal Daumen halt. Und der effektet nicht die Mobs aus einer Strongbox. Sprich, wenn ihr jetzt Magic Finding macht für Divination Cards auf Crimson Temple, dann haut euch einfach richtig viel Dili rauf. Und ihr macht aber die Strongbox Strat mit der Quantity, dann würden die Strongboxes nicht davon effektet sein. Der Rest der Map schon. Alle Mobs drumrum, auch die Mobs, die um die Strongboxes rumspawnen von der iNotable, die werden davon auch effektet. Aber halt nicht die Mobs in der Strongbox, die die 500% Quantity haben. Na, auch da wieder halt die Strat halt, dass wir halt die Monster Quantity hochscalen. Na, ähnlich wie wir hier die Rarity hochskalieren. Oh ja, das ist die Strat. Ich hoffe, ihr habt was vielleicht dabei gelernt. Wenn da irgendwelche Fragen offen sind, stellt die in den Beschreibungen unten. Einfach, ich versuche alles zu beantworten, was ich kann. Ansonsten, mein Stream ist immer da. Ich bin von morgens 8 Uhr bis abends 23 Uhr, 24 Uhr live. Ihr seht, das ist jetzt nach dem Stream um 1.40 Uhr. Oh ja, wenn irgendwas ist, fragt mich einfach. Ich freue mich, euch zu helfen, auch bei allen Sachen in POE, PerfExile. Ansonsten, ja, lasst mir Wertung da und wir sehen uns nächstes Mal. Bye, bye. See you next time. Ciao, ciao.